So, Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Hardball Simulator Junkie in 2019 2010. Ich hasse ja diesen langen Namen. Egal. Ähm, ja, nächster Gegner, Chechen. Ähm, ja, wir haben dies denn da mit in die Hauptrunde geschafft. Mit 3 Punkten. Keine Ahnung, egal. Wir haben 8 und das ist gut. Und, äh, ich spiel jetzt. So. Letztes Spiel haben wir ja souverän gegen Dänemark gewonnen. Es war ja ganz locker. Bin ich mal gespannt, ob unsere Spieler noch fit sind für das Spiel jetzt. Also der Ball war drin, aber es gab Freiburg vorher. So. Schwarz. Steht im Kreis. Erster Wurf wie fast jedes Spiel. Einmal im Kreis gestanden. So, da haben wir den Ball abgefangen. Richter war's. Und kann er ihn jetzt ins Tor machen? Ja, er kann. Gut gemacht von Richter. 1 zu 0. Für Deutschland. Hilgers. Hilgers fängt den Ball wieder ab. Hilgers. Immer noch, äh, Hilgers. Und dann gehalten vom tschechischen Torhüter. So, Novacek am Ball. So, Hilgers. Schon wieder Hilgers. Und kann er ihn diesmal reinmachen? Nein, immer noch nicht. Schneider, kann er es? Nein, auch nicht. Hilgers, noch einmal. Schon wieder nicht getroffen. Unglaublich. Richter. Macht er ihn jetzt rein? Ja. Richter schafft es. Sein zweites Tor ist ja nur er getroffen. Für die deutsche Mannschaft. Novacek wieder am Ball. Komm schon, hol dir den Ball, hol dir den Ball. Schade. Schade, komm, komm, komm. Michalek. Am Ball. Radka. Und ja. Tor für Tschechien. 2 zu 1. Schnell. Laufforrest. Hilgers. Winter. Winter festgemacht von Kani. Gelbe Karte. So, Hilgers. Den macht er rein. 1 von 4. Schlechte Quote. So, Raschka eingewechselt. So, Einwurf. Für die deutsche Mannschaft. Jetzt füllen schnell aufs. Hilgers. Lange Ecke. Tor. 2 von 5. Verbessert hier seine Quote. Und wechselt sich dann aus. Aufgrund seiner Ausdauer. Und Richter macht ihn da gut zu. Hält aber dafür die gelbe Karte. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Pass. Raschka. Schneider. Der wirft direkt. Und der ist drin. 1 von 2. In Schneider. So schwarz eingewechselt. Und gut gehalten von Inke. Den Wurf. Ist Tschechen. Gut abgefangen. Und schwacher Wurf von Raschka. Das müsste besser gehen. Aber jetzt die Meter. Richter wirft. Tor. Gut gemacht. Trittes Tor von ihm. Novacek. Und gut abgefangen. Raschka. Der nächste. Oh. Das war schwach. Ganz schwach gemacht. So und jetzt geht es hier schnell nach vorne. Diesmal sind es die Tschechen. Und schon wieder haben sie den Ball verloren. Ist gut. Das ist nicht gut was da gerade passiert ist. Achso. Freiwurf. Die Tschechen kommen nicht zurück. Und es gibt einen Einwurf für Deutschland. Pilgers. Abgefälscht Einwurf. Also Ecke. Ja eigentlich. Wieder ist es. Hilgers. Der wirft. Und Tor. Verbessert seine Quote weiter. 3 von 7 Treffern. So. Zeldac. Gut gehalten. Hilgers. Spiel zu. Kann. Steht der Name nicht. Es war Richter. 4 von 5 getroffen. 80% Quote. Also ich bin stolz auf euch meine Freunde. Das macht ihr gut. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Steht 8 zu 1 zur Halbzeit. Ich glaube so gut waren wir noch nie. Zwei gelbe Karten für uns. Einen für die. Torausbeute von 53%. Kann man verbessern. Ist aber nicht ganz schlecht. So. Travincek. Am Ball. Zeldac. Michalek. Zeldac. Schwarz fängt den Ball ab. Jetzt über die linke Seite. Der Tempo Gegenstoß. Und. Es kam zu überraschend. Dass ich da dann noch den Ball hatte. Zeldac. Hilgers fängt den Ball ab. Spielt weiter auf Brand. Brand. Zu platzen. Platzen. Abgefälschter Ball. Einwurf. Deutschland. Es ist wieder platzen. Und hinten aufs Tor. Keine gute Aktion. Travincek. Zugemacht von Platzen. Gelbe Karte. Also die dritte für Deutschland. Zeldac. Und dann ist der frei durch. Am Kreis. El Zelenka. Hier macht sein erstes Tor. So. Schwarz am Ball. Und daneben. Das war ganz schwach. Travincek. Schwarz fängt diesmal gut den Ball ab. Und wirft. Und schon wieder daneben. Das gibt's nicht. Schwarz kannst du dich bitte auswechseln. Travincek. Schneider. Macht da den Passweg zu. Hilgers. Und der steht im Kreis. So. Jetzt Felke auf Schneider. Schneider auf Brand. ein Tor. 9 zu 2. Brands erstes Tor. Zelenka zugemacht. Von Hilgers. Freiwurf für Tschechien. Das kommt. Matna macht. Wasi Check zu. Matna fängt den Ball sofort ab. Wirft. Links unten. Tor. Gut gemacht. Erstes Tor. Erster Wurf. Matna. Keine so schlechte Quote würde ich mal behaupten. Raschke. Komm nicht an den Ball. Matna. Einwurf. Schwarz. Kriegt den Ball. Schneider. Und Pfosten. Oder sowas. Irgendwie. Ich konnte es nicht so gut erkennen. Zelda. Zedlack. Zedlack. Das konnte ich nicht erkennen, wer das ist. Und Zedlack daneben. Einwurf. Für die deutsche Mannschaft. Platz und führt aus. Auf. Entschneider. Kurze Ecke Tor. Zweites Tor. Im vierten Wurf. Von Schneider. So. Asi Check. Ball wird abgefangen. Platzen. Und schwacher Pass. Also L zu zwei. Steht es gerade. So. Schneider im Kreis. Schwarz. Auf Hamm. Der hätte Platz, aber der wirft. Einfach so. Stemmwurf. Erster Wurf, erstes Tor. Zelenka. Zugemacht von Hilgas. Freiwurf Tschechien. Hilgas fängt den Ball ab. Hilgas. Der hat jetzt alle Freiheiten. Und wirft genau auf den Torhüter. Einwurf Deutschland. Hilgas möchte er wieder gut machen. Und verfielt. Ganz weit. Das Tor. Platzen. Oh. Geht er einfach so durch. Zelenka. Darf so aber nicht sein. Schneider. Jetzt hat er den Ball. Und läuft. Und wirft. Und... Gehalten. Ärgerlich. So. Einwurf. Schnell ausfüllen. Platzen. Es ist nicht mehr so viel Zeit. Schneider. Hilgas. Schneider. Abgeblockt. Vom tschechischen... Von der tschechischen... Vom tschechischen Block. Schneider. Macht Travinczyk zu. Und haut ihn um. Freiwurf. Für Deutschland. Travinczyk. Ball abgefangen von Schneider. Kann er nochmal werfen? Nein, der kann nicht mehr werfen. Abpfiff. 12 zu 2. Also. Ein... Im Grunde gar kein so gutes Spiel. Aber wir haben 12 zu 2 gewonnen. Und das ist gut. Unser nächster Gegner ist Slowenien. In der Hauptrunde das sechste Spiel. Also. Wir sehen uns dann. Wenn ich dann wieder aufnehme. Auf jeden Fall. gegen Slowenien. Bis dann. Ciao.